hallo liebe freunde herzlich willkommen zu nein doch nicht die familie heißenberg grüßt aus dem urlaub zwei tage richtung süden jawohl richtung lokano das ist in der schweiz sind jetzt gerade auf einer raststätte ich weiß nicht wie es mit dem ton ist ich hoffe ihr hört irgendwas ich rede deswegen extra ein bisschen lauter ja jetzt dachte ich ich sage euch hier mal hallo und ansonsten gibt es wahrscheinlich ein paar reise impressionen aus dem real life das wurde ja eh öfters mal gewünscht dass ich mal was aus dem real life zeige da kommt gerade ein auto das ist ein guter test fürs mikrofon ich schweige mal ganz kurz das muss reichen länger schweigen geht nicht okay ich wünsche uns angenehme ferien und ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß mit dem video bis dann tschüss ach übrigens wir befinden uns hier auf der raststätte via mala in tusis weiß aber jemanden interessiert das kann man ja relativ einfach bei google überprüfen wo das ist das ist immer zwischen nord und süd hier fangen genau die alpen an und jetzt fahren wir über den berg da ist ja so eine raststätte ist ideal um aufzunehmen da habe ich mehr ruhe zu hause welch weise erkenntnis auf alle fälle eben zwischen nord und süd jetzt geht es richtung berge einmal über den bernadino rüber durchs tunnel durch und dann sind wir im süden und dann geht es eben in sessin habe ich schon gesagt dass das der südlichste teil der schweiz ist ich glaube ja und sonst sag ich jetzt und ja locarno ist halt ein städtchen dort und zwar ein relativ schönes gut und zwar ein Ja, aber natürlich! Jetzt kommt das Tunnel! Tschüss! So, wir sind angekommen hier in Locarno im Hotel. Bilvedere heißt das gute Stück. Vier Sterne. Das haben wir auch nicht jeden Tag. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal für zwei Tage. Tage? Tage? Was für Tage? Tage. Tage hießen die. Ja, zweimal schlafen. Jetzt möchte ich euch das mal ganz kurz zeigen. Das macht man ja so heutzutage bei YouTube. Für mich ist alles negativ. Du hast keine Service gut gemacht. Wir können heute mit Ihnen ansprachend sein. Wir brauchen deine Service. Es ist nicht immer gut. Wir brauchen die Service. Wir brauchen die Service zur complimenten meiner Service. Wir brauchen die Service. Wählen die Service auf die Service. Wir brauchen die Service. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Man möchte ja auch sehen, mit wem man redet. Also ihr wahrscheinlich. Man kann hier tatsächlich Anfang Oktober noch im T-Shirt draußen sitzen. Das genieße ich natürlich sehr. Ich habe jetzt zwar mein Pullover übergezogen, weil es halt auch hier natürlich ein bisschen kühler wird. Falls das jemand nicht weiß und es trotzdem wissen möchte, dass Sessin ist im Prinzip der südlichste Teil der Schweiz. Also wir sind hier ziemlich nah bei Italien. Im Prinzip, ich sage immer oder ich denke mir immer zu der Bodenseeraum, da wo wir wohnen, das ist so der südlichste Teil des Nordens. Und das hier ist eigentlich dann der südlichste Teil, äh der nördlichste Teil des Südens. Was habe ich jetzt vorher gesagt? Moment. Da wo wir wohnen, am Bodensee. Das ist der südlichste Teil des Nordens, von Nordeuropa. Doch, genau so habe ich es eigentlich sagen wollen. Und das hier ist halt der nördlichste Teil von Südeuropa. Also die Alpen sind dann halt die Grenze. Und ich mag halt das Sessin. Ich kenne schon Ewigkeiten. Ich war ja schon oft und jetzt haben wir halt mal wieder zwei Tage Zeit gehabt und ein bisschen was zusammengespart zusammen und gedacht, jetzt können wir uns mal was. Machen wir erst uns nicht. Da kommen sie gerade. Ich darf sie nicht filmen. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Sonst sind sie auch nicht so scheu. Aber ich bleibe jetzt mal auf mir, weil sonst rennen sie wieder. Ist schön, wenn ich sie loswerden will, dann zücke ich die Kamera, dann rennen sie. Gut, ich mache dann mal ein Tschüss hier. Gut, ich mache jetzt mal ein Tschüss hier. Gut, ich mache jetzt mal ein Tschüss hier. Gut, ich mache jetzt mal ein Tschüss hier. So, jetzt sind wir in Locano. Es ist Freitag, 6. Oktober und fällt euch was auf. Guck mal. T-Shirt. Unglaublich. Irgendwie das Extreme ist, dass es tatsächlich eine Klimazone eine andere wie wir sie haben. Das sind 300 Kilometer etwa Luftlinie. Da sind die Alpen dazwischen. Habe ich glaube ich gestern schon gesagt. Jetzt schaut euch das mal an. 6. Oktober. Wir haben gefühlte, würde ich mal sagen, 25 Grad. Also es ist wirklich Sommer. Ich habe jetzt gerade noch gehört, dass am Bodensee dürfte es etwa 10 Grad sein bei Leben. Wo hat man das sonst noch, dass man drei Stunden Auto fährt, irgendwie durch den Tunnel durch und dann ist man in einer anderen Klimazone. Das ist schon eher selten. Ich liebe das Tessin. Vielen Dank. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du hast schon einen Flügel verloren, den hast du natürlich verloren, weil der Mann am Steuer saß, nicht weil die Frau gefahren ist und du den schon gleich innerhalb deiner ersten paar Tage verloren hast. Nein, der Mann war schuld. Nein, der Mann war schuld. So, wir sind da auf dem Rückweg und gucken mal raus, es ist immer noch Sonne. Hier ist aber etwa 10 Grad kälter, war eine schöne Reise, schönes Hotel, perfekt eigentlich für zwei Tage Autofahrt, drei Stunden Einweg, also das kann man auch mal machen für zwei Tage. Ich würde sagen, das hat sich schon genug, das Hotel war genial, das Wetter war genial. Jetzt ist es halt hier eben unter 10 Grad kälter, also jetzt ist es vorbei mit T-Shirt-Zeit. Deswegen sind wir da runtergefahren, damit man mal nochmal ein T-Shirt anziehen kann. So, jetzt muss ich schnell gucken. Wir fahren Autobahn, da möchte ich da noch rein. Nein, wir lassen ihn nicht fallen. Wir haben vorbeigehuscht, perfekt. Ja gut, jetzt bin ich gespannt, jetzt komme ich zurück, wer hat dann mal wieder mal gucken können, was an Abos dazugekommen ist und so weiter. Das habe ich ein bisschen vermisst, aber die Entspannung hat auch ganz gut getan und ja, so viel zum Thema. Viel mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Wir haben vielleicht noch eine halbe Stunde Fahrt bis zum Wördensee, die werden wir jetzt auch noch schaffen. Eben, die Fahrt war sehr angenehm bei Sonne, kein Stau, wunderbar. In der andere Richtung hat es anders ausgesehen, da standen sie dann im Stau. Also in Süden wollen alle, in den Norden greifen sie dann. Ist aber eh gut, weil dann hatten wir genug Glanz. Gut, hoffe das Video hat euch ein bisschen Gefahr. Ich verkehre jetzt, nein, ich verkehre nicht, ich konzentriere mich jetzt wieder auf den Verkehr. Jetzt habe ich es. Man sieht sich. Tschöö. Lebe lang und in Frieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.